so ja hallo leute ich weiß ihr seht gerade aktuell kein bild das ist beabsichtigt ich wollte euch nur mal bescheid geben dass ich meinen oder dass ich jetzt erst mal ein bisschen auszeit nehmen werde ich werde jetzt wahrscheinlich erst mal so zwei drei vier fünf monate circa also vier bis fünf monate circa auszeit nehmen das hat einfach die hintergründe dass ich halt jetzt aktuell einfach im ausbildungsstress bin im abschlussstress bin und es einfach zeitlich aktuell sehr begrenzt bei mir zuläuft genau das heißt es werden jetzt keine neuen folgen mehr kommen seht es mir bitte nach ich wünsche euch natürlich trotzdem noch viel spaß in den nächsten monaten und man sieht sich bestimmt irgendwann wieder bis dann